So. Dann hier den Bouncer. Und ich bin soweit. Ich kann fliegen! I believe I can fly! So. Willkommen zu meiner Part. Star Wars 10.5. Und ja, wie gesagt, wir gehen hier in dieser Ölwüste weiter. Und zwar gehen wir wieder in die Pyramide. Mit diesem Warp. Der Weg dahin war... Ja gut, irgendwie hänge ich da ein bisschen, aber ja. So. Ja, bleib hier im Sand stecken, aber nicht zu lange. Perfekt. So. Das heißt, wieder da hoch. Und rein da. Hier muss ja noch irgendwo ein Stern sein, der Pflanze heißt. Vielleicht hat das irgendwas mit dieser Pflanze hier zu tun. Wäre dann doch wahrscheinlich zu einfach, aber... Ich würde dann doch gerne mal auf den Kopf da rauf. Und gucken, ob ich da oben stehen kann. Also, ob ich von der Pflanze dann irgendwo hinspringen kann. Anscheinend nicht. Das heißt, wir gehen wieder diesen Weg hier. So. Diesen Stern da unten haben wir ja gesammelt im letzten Part. Was ist, wenn ich mit dir hier rumspringe? Okay, ja, ist auch nichts da oben. So. So. Darunter geht's nämlich weiter. Darunter natürlich nicht, wenn es hier... So. Perfekt. Da drüben... Bei diesem... Gras vielleicht? Ja, das sind Pflanzen. Das war die Eins. Das war die Zwei. Das war Feuer. Das war die Drei. Das war die Zwei. Das war die Vier und mein Tod. Und das wird die Fünf. Und Sterb. Da kommt natürlich da oben. Perfekt. Damit werden die Pflanzen in der Welt auch geschafft. mal sehen ob noch was zu erledigen ist hier pyramid auch den green switch also auch wieder war drin es ist anscheinend ziemlich alles da drin aber ja gut dann sehen wir uns halt noch ein bisschen da drin um wo ja feuer wie gesagt das geht ja alles perfekt aus das ist ganz gut ja vielleicht nicht darunter da will ich nicht unbedingt hin sehr dann gehen wir diesmal die andere richtung also hier ja es ist sehr sehr vielen dank gerade ausrennen wäre dann vielleicht doch noch möglich mario bitte ja gut hier geht es anscheinend nicht weiter was ist mit da oben also da oben kann ich mal garantiert nicht hin von hier also gehen wir da runter was auch nicht funktioniert weil ich jetzt mal hier dagegen springe dann hier den bouncer und ich bin soweit ok steckt da fest soll mir rechtzeitig sehen wir nicht ich würde gerne sehen was hier vor mir ist darf ich aber anscheinend nicht dann ja gut ja wahrscheinlich trifft mich ein dessen die flamme ja schön der fünfermünster direkt beim tod oder es ist doch das normale sand ok normal ja gut da ist ein schalter was bringt der schalter wenn da ein easy stern ist der schalter wird wohl dann für was anderes gut sein mal sehen es gibt ja mal den rückwärter der märkte der rückwärter der rückwärter der rückwärter mit der rückwärter Oder was auch sein kann, warte, wo hab ich den letzten Safe-State, sehr schön, dass mit der vielleicht einen Weg, das war da unten gerade, warum ist ein One-Up mitten im Tod, was soll der, was, was soll der Unsinn, also ob man das One-Up irgendwie kriegen könnte. Ah, hier ist der 100-Münzstern. Wie wir sagen, dann sammeln wir den halt zuerst, gehen nochmal in die Welt für diesen Pyramidenstern und ja, wo der Kanonenbody ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Müsste jetzt auch keinen Weg, den ich gehen könnte. Der führt auch noch da hoch. Aber irgendwo muss der ja sein. Und irgendwie mit dem UB erreichbar, also nur UB, also darf nicht nur eine Pyramide sein, sonst müsste ja Green Switch dabei stehen. Außer Brody geht davon aus, dass man, während man die anderen Sterne macht, den Kanonenbody aktiviert hat. Das kann auch sein. Aber ich schätze mal nicht. Ich schätze mal, es soll irgendwo da sein, die Kanonenbody. Nein, ich könnte jetzt nochmal alles absuchen hier, aber ich meine, es ist so ziemlich überall gewesen zu sein in der Pyramide. Perfekt. So, ja, hier ist nichts mehr. Da sind noch fünf Wünzen. Da unten sind die Pflanzen. Nein, hier oben ist auch nichts. Nein, hier ist rein gar nichts. Auch da nicht. Nee, nirgends hier. Auf diesem, ja, wahrscheinlich werde ich unten nicht unter das Ding stellen. Gibt das irgendwas da oben? Nein, hier ist nichts. Okay, dann gönne ich mir den Stern. Und würde sagen, wir gehen jetzt woanders hin, weil wir uns fehlt ja noch ein Stern in der Rutsche, der mit dem UB. Den werden wir jetzt auf jeden Fall machen. Und danach werden wir nochmal in Welt 5 gehen, weil ich mir da angesehen habe, wo die zwei Boxen sind. Also die 100-Münz-Box und die Rufzeichen-Box, die mit dem sechsten Stern. Das heißt, wir gehen nochmal da durch diese Zehner-Tür, gehen zuerst dahin, holen die zwei Boxen und machen dann abschließend, also zum Ende des Parts, holen wir dann noch den, na, den Ding, den Stern in der Rutsche. Ich weiß jetzt nur nicht, welchen Eingang ich brauche, um die Sterne zu kriegen, aber sie sind alle in der Spiegelwelt. Ich bringe mich erstmal selbst um. Ja, komm, gil dich. Ich will keinen Safe-State laden. Hab keinen gesetzt. Stirb heute hier. So. Safe-State. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Wir probieren zuerst den anderen Eingang da. Ich glaube, der war's auch. Da muss der da gewesen sein. Ja. So. Darüber. Nein, 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 nein. Nicht während ich Safe-State. Dämliche Bombe. Da, dieser Weg. Hatten wir in einem Part gesehen, dass es hier hoch geht. Und man hier einen Stern ergattern kann. Und der Zweite ist auch hier in dieser Spiegelwelt. Also in diesem Wüstenteil. Da braucht man auch den Wall-Badge. So. Ja, ja. Fauen wir uns halt mal den Schädel an. Das macht ja nichts. So, ich sollte doch Safe-State da reinkommen. So, Safe-State. Dann muss ich mal überlegen, wo ich hin muss. Ich meine auch da wieder lang. Den Wandsprung ist jetzt ja jetzt einiges einfacher. Ich meine, ich musste... ...darüber. ...dann musste ich, glaube ich, hier runter. Und mal darüber schießen. Ich meine, habe ich mich nicht so irgendwann mal durch die Wände geklitscht. Also, nicht selbst durch die Glitch, sondern durchgeguckt. Ja, habe ich. Und dabei habe ich nämlich... ...irgendwo die Sternenbox gesehen. Ich weiß, ich habe mit diesem Move irgendwo die Sternenbox gesehen. Ich weiß noch nicht mehr, wo genau. Ich meine, ich habe hier durchgeguckt. Wo ist das da drüben? Da drüben müsste irgendwo die Vox sein. Wie komme ich da rüber? Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich springe jetzt. Ähm, nein, du springst gegen die andere Landmarie, bitte. Und bitte mach das wirklich und nerv mich ja nicht. Ich glaube, es ist, wenn ich hier nicht den Bouncer benutze, sondern einfach daneben runter springen. Ja. Da ist es. Hier habe ich die Sternenbox gesehen. Damit wäre diese Welt geschlossen. Und ja. Zum krönenden Abschluss des Parts gehen wir natürlich in die Rutsche. Also, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den in irgendeinem Part schon gesehen habe. Ich habe noch nicht alle Parts durch. Ich gucke mir gerade alle Parts an, um herauszufinden, wo das sein könnte. Also, ob ich den in der Welt 3 schon gesehen habe. Weil ich nicht mehr alle im Kopf habe. Aber den Stern wusste ich noch. Perfekt. Das ist dann doch noch nicht das Ende. Ich würde auch gerne einen Stern irgendwo sammeln. Welt 4, den 100 Münzen. Hinter Münzbox. Weiß ich nicht. Dann gehen wir in Welt 6. Weil da habe ich eine Ahnung. Da gab es solche Ultrablöcke, die ich nicht zerstören konnte. Vielleicht, dass da drunter irgendwas ist. Wäre jetzt so meine Vermutung. Waterpatch und Ultrapatch. Also, es ist auf jeden Fall möglich, den Stern zu erreichen. Ich müsste ihn nur finden. Nein, kann ja gut sein, dass er einfach... Wow. Ja, das ist ja nett. Wenn einer dieser 3 Blöcke ist... Hier kann man noch mal nach unten. Und hier ist der 100 Münzstern. Das ist mal eins von beiden. Was ich suchen soll. Den Rest des 17. Jetzt kann man unter der Sandy Star-Tür in der 1. O-Welt. Wenn man weiß, was ich meine. Ha, ha, ha. Ja, ja. Natürlich kann man erst jetzt in diese Tür rein. Ganz klar. So. Ähm. Ich suche gerade die Welt. Ich kriege es wieder einmal im Kreis. Weil ich die Nachricht gerade etwas... ...orientierungslos gemacht habe. Aber ja. Dann gucken wir uns einfach ein bisschen um. Weil ich nicht weiß, ob ich den Stern schon irgendwann mal gesehen habe. Ich bezweifle es. Das war wieder mal klar. Das war typisch ich. Kommt mal von hier wieder hoch. Ich hoffe es doch. Ist jetzt mal ein Safe. Einfach weil kein Seitwärtsprung funktioniert. So. Ja, den Stern will ich nicht holen da oben. Den habe ich ja schon. Ich könnte jetzt den Weg da drüben prüfen. Was ich auch machen werde. Ah, was? Warte mal. Na, sterben wollte ich nicht. Wacke WB und UB. Also ich brauche keinen SB dafür. Was bedeutet, ich muss nicht hier lang. Das bedeutet, der Stern muss irgendwo da drüben sein. Das ist hier drin eigentlich. Ähm. Geht sich Gott sei Dank aus. Ist hier irgendwas? danke du kristall schalter war das für den stern den ich schon habe ich weiß gar nicht mehr ach nee das war einfach der switch ja den brauche ich auch nicht mehr da ich schon wieder warum nötig aber egal naja sehr schön komm gott sei dank trotzdem noch da hoch spinne die mir münzen dann gehen wir hier hoch geht es denn noch überall lang irgendwas in diesem raum da geht es runter das bringt was ach so es bringt mich zu diesem stern zwischen wieder und dann kann ich hier den weg entlang noch mal in irgendeinem abgrund sehr wahrscheinlich in irgendeinem abgrund aber nicht in diesem ach so gut gemacht man kann an der anderen wand keinen bandsprung ausführen man prallt einfach ab da drüben vielleicht so typisch so den wegen noch sehr viel möglich ist danach eh nicht mehr wo du sterben stirbst dich fakes da sammle ich nicht ein nein da drüben war das was ich auch gemacht habe da oben war ich glaube ich auch meine ja gehen wir da mal nicht so geklappt ich wollte es ist dann auch das letzte was ich mache für diesen part ein spinne oder ich sterbe einfach aus dummheit ach so jetzt habe ich gar nicht genug leben perfekt da ist wieder die spinne dann nehme ich wieder den schaden ich bin jetzt darunter gesprungen das heißt ich bin nicht diesen weg gegangen ja was vielleicht noch richtig sein könnte da ist ein pfeil in diese richtung ach so hinter diesem gitter ist der sechste stern ich dachte da wäre ein ganz normaler stern ok ja gut dann haben wir diese welt auch abgeschlossen und ja ich würde sagen das war's für diesen part also bis dann wiedersehen du bist dann du bist der schaden du bist dann ich bin ein pied Untertitelung des ZDF, 2020